Warum bin ich jetzt gestorben? Mir gefallen die nicht so... Ich war so weit. Warum ist auf einmal alles so schwer? Geh weg, Alter. Ah, Alter. Oh man, fuck, Alter. Ihr lasst die Haare so. So, weiter geht's. Diesmal wird das ein Easy Carry, Leute. Jetzt kommt Epic Timelapse. Stell dir vor, du stirbst heute nicht mehr und kannst die Haare nicht fertig abbrassieren. Das wäre so scheiße. Stell dir einfach wirklich mal vor, ich schaff das einfach nicht mehr. Ich würde es straight up so lassen. Ach, Mann. Ich komm halt nicht mal mehr an denen vorbei. Junge, ich rass hier alle zwei Minuten meine Haare ab. Was ist denn das für ein Mist? Runde zwei, Leute. Runde zwei. Ich hab noch ein paar Haare. Ich will jetzt wirklich straight up mal durchkommen. Das kann mir doch keiner erzählen. Schau mal, wo ich gestorben bin, Alter. Aber das wird der Run, Leute. Ich hab so ein Gefühl. Diesmal kriegen wir den Dark Knight. Oder jedenfalls kommen wir ein bisschen weiter. Aber natürlich musste er mich treffen. Natürlich musste er mich auch treffen. Slice, Slice. Nice, nice. Ja, ja. Yes, Mann. Es lag alles am Schwert. Ich sag's euch. Der sieht verdammt nochmal gefährlich aus. Ich glaub, den kann ich nicht parryen. Oh mein Gott. Da gehen wir nicht nochmal lang. Allgemein, ich hab mich für... Das habt ihr auch gesehen. Das habt ihr auch gesehen. Das war nicht normal. Hat jetzt Dark Souls dir dein Selbsthast gezeigt. Ich hab einfach gemerkt, wie mich dieses Spiel belastet. Und ja, deswegen mach ich jetzt mein Haar runter. Langsam ist der Moment erreicht, wo ich selber nichts mehr seh. Also ich kann leider nicht mehr viel machen. Ich glaub, ich muss gleich mal mein Bro holen, dass der meinen Rest abrasiert. Ey, yo. Willst du mal Ding? Willst du mal bitte kurz rüberkommen? Weil ich muss im Streamer kurz die Haare komplett runterrasieren. Weil die müssen sauber gemacht werden. Komm mal ran, bitte. Dankeschön. Bis gleich. Ciao. Als ob jetzt deinem Bruder knechten muss. Das ist kein Knechten. Bei uns gibt's sowas gar nicht. Bei uns heißt es immer so, Ey, yo. Kannst du mir helfen? Nein. Aber trotzdem machen wir es dann. Egal was es ist. Muss mich sehen. Reicht. Okay, gut. Wir spielen jetzt Dark Souls. Okay. Jetzt schön konzentrieren, full life machen und dann geht's ab zu dem Dude. Weil der ist nicht strong. Der ist wirklich nicht strong. Wenn ich ihn counteren kann, ist er echt nicht strong. Ja, er greift mich die Wand an. Okay, 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 okay. Okay, ähm, wir haben Items. So, ähm. Nickelodeon. Lauf zu mir. Oder machen wir es so. Werf ein Knife auf ihn. Hä, wo wirfst du das hin? Juh, was soll die Scheiße, Digga? Hä? Boah, Junge. Scheiße, Scheiße, Mann. Close die Tür. Und renn weg. Egal, wir haben den Outplayed, den schwarzen Ritter. Spaß dir, Ritter, Alter. Retardisch. Oh, oh. Nein, aua. Schnell weg. Haha. Wooo. Nein. Also schon, wie cool ich aussehe. Bami, Junge, Alter. Ich mache einen Naked Run. Nice. Zieh mir mal so durch. Ich muss doch irgendwo ein Bonfire sein. Das kann mir doch keiner zählen. Jetzt zeig mal, was du kannst. Tättern wir hoch. Ich habe vergessen zu attackieren. Ich hätte vielleicht attackieren sollen, während ich runtergegangen bin. Bleib da, wo du bist. Hochspringen, Safe Call. Bami, Junge. Er ist doch nicht tot. Wooo. Wooo. Lös dich auf. Ja, Mann. Yes. Ja. Wir gehen einmal komplett zurück. Ich will mich erstmal healen. Ich will mich erstmal healen. Komm mal her. So, deine Seele. Ich rush jetzt mal kurz. Ich glaube, ihr habt langsam auch keinen Bock mehr, das zu sehen. Weil jetzt habe ich schon ein paar Mal heute gesehen, wie ich in dieser Area gestorben bin und gegen die Mobs gekämpft habe. Das hat kurz gelegt. Ist irgendwas gespawnt. Oh, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Schauen wir jetzt mal, was du für mich hast. Ja, ja. Halt's Maul jetzt. Jetzt ist es time to fight, Mann. Oh, du bist so... Oh, it's time to die. Au, Bomm, Junge. Jetzt ist mir doch ein Zip von meinem Nektar. Das ist... Komm her, du Sonnenkämpfer. Wenn du so ein starker Sonnenkämpfer bist, dann verteidigt dich doch. Hey, Junge, hör auf. Lass so landen. Kill ihn, ich hasse dich gar zu sehr. Junge, wie hasse ich es. Schaut an, was die wir droppen, Alter. Mein Gott, schau mal, wie cool ich aussehe. Das war so schwer, viel zu killen. Schaut mich, Mann. Saula ist der Dark-Solzen-Liebling. Ey. Ey. Da sind ein paar Seelen. Wow. Was geht mit dir? Bist du traurig? Digga. Keine Sorge, dein Leben sitzt rum. Bist du auch traurig? Ja, neuer und tot. Ah, du bist auch krank. Ich sehe, dann bist du auch tot. Er hat meine Attacke gedodged. Erste Ware. Oh, hey, das schreit für so leer. Ah, Leute, das ist das schreit für so leer? Statt auf, Leute. Ich scam den Schrein jetzt. So leer, er ist zurück. Spaß. Als ob er zurück ist. Prank. 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 Prank.